Ja genau, wir besuchen heute Herald. Wir gehen heute Herald besuchen. Let's go! Zeit wird's! Nee, Frank Horrigan hätte keine Chance gegen die Zentakel der Tiefe. Wir reden hier wirklich von... Ja, also, die sind in einer anderen Existenzsphäre unterwegs. Also da... Mit konventionellen Waffen kann man da gar nichts ausrichten. Man kann überhaupt nichts ausrechnen. Die Zentakel der Tiefe sind immer und überall. Achso, wie das Spiel heißt, dass ich morgen spielen werde. Wartet mal, da kann ich sogar schnell nachschauen. Lass mich mal kurz gucken. Ähm, das finde ich bestimmt schnell. Cyberpunk Horror Game. Ähm... Ah, ich glaube, das ist es. Hollow Body. Hollow Body ist es, glaube ich, ne? Wartet mal. Ja genau, Hollow Body heißt es. 92% Steam User. Wertung. Kurze Zwischenfrage. Hast du dich angemeldet? Das geht nur noch heute, oder? Meinst du jetzt für die Polaris? Habe ich? Ja. Aber ich glaube, das geht bis 19. Wenn du das meinst. Frank Corrigan gegen Barry in einer Powerrüstung. Tja, kommt auch, glaube ich, ein bisschen auf die Powerrüstung an, welche erträgt und kriegt Barry im Powerrüstungstraining vorher. Fragen über Fragen. Das weiß man natürlich nicht. Und hat da Säuregranaten. Jemand, der sehr schwer verbrannt ist, sehe ich. Oh, guck mal. Ein Seil. Heilsäckchen. Sechs Cola, die wir verkaufen werden. Ich darf doch, oder? Ihr habt doch nichts dagegen. Oh, zwei Gecko heute. Bam. Ich glaube, die sind gar nicht so wenig wert, obwohl es sind keine goldenen. Aber gut, immerhin. Ah, guck mal. Das Spiel ist jetzt wirklich 16 zu 9 geworden. Da muss ich es jetzt doch normal groß machen. So stimmt's. Dann sehen wir auch alles. Warum ist da oben gerade ein rotes... rotes Fragezeichen, ein blinkendes erschienen? Jetzt ist es weg. Okay, gut. Naja. Hallo? Jemand zu Hause? Nein? Sehr gut. Dann werde ich mal plündern. Ich glaube, wir sind jetzt schon ein krasses Team, ne? Ich habe die Kampfkraft beim letzten Mal noch kurz getestet und da war es schon nicht schlecht. Ich würde jetzt fast gern mal in den ordentlichen Kampf stolpern. Sobald wir dann noch irgendeine schwere Waffe kriegen, egal welche eigentlich, dann ist sowieso Schluss. Sobald wir in unseren Händen eine schwere Waffe halten, sterben einfach alle sofort. Auch unsere Begleiter. Hallo? Könnt ihr bitte weggehen? Ich muss da raus. Ich verstehe nicht, warum die denen einfach keine Hitboxen gegeben haben. Dass man jetzt wenigstens im Fallout 2 im Vergleich zum ersten Teil die wegschubsen kann, ist ja schon mal ziemlich gut. Aber ich verstehe nicht, warum die denen nicht einfach den Begleitern keine Hitboxen gegeben haben. Warum kann ich nicht einfach durch die durchgehen? Was hat das denn für einen Sinn, dass die wirklich, ja, wird wahrscheinlich irgendwie in der Spielprogrammierung, in der Spiellogik ziemlich fest verankert sein oder sowas. Keine Ahnung. So, hallo. Sieht so aus, als wärst du ein Tragic-Spieler. Hast du Zeit für ein Spiel? Or are you a Yeller? Ich weiß nicht, was ein Yeller ist. Oh, ich kann gar nicht mit dem spielen. Ich hätte sogar gerne mit dem gespielt. Ah, okay, doch, doch. Wir können doch spielen. Ich kann sagen, ah, eigentlich habe ich keine Zeit für einen... Naja, wie lange kann es schon dauern? Da klicke ich jetzt drauf, wird am Vergehen wahrscheinlich zwei Monate. Ach, das dauert überhaupt nicht lange. Los geht's. Ich habe ein neues Deck, das ich mal versuchen will. Okay, spielen wir eine Runde Tragic. Du hast gewonnen. Fick dich. Ich... Ich... Ich muss das überprüfen lassen. Du hattest einfach nur Glück dieses Mal. Mein Deck hat einfach nicht funktioniert. Ich werde ein besseres bauen. Danke für die Karten, Wuss. Und ich dachte, du weißt, wie man das Spiel spielt. Ich schätze, du bist dumm. Ich will nicht so böse sein. Ich sage das andere. Auch wenn ich nicht genau weiß, was Them's The Breaks heißt. Aber wahrscheinlich so viel wie so, hey, jetzt mal ganz ruhig bleiben hier. Tschüss. Hey, aber wollen wir vielleicht nochmal kurz handeln? Habe ich jetzt wirklich Karten von ihm gewonnen? Habe ich jetzt... Ich habe jetzt ein zweites Deck. Ich habe jetzt ein zweites Tragic Deck. Leute, ich möchte jetzt sofort, jetzt, jetzt sofort. Ich will nicht mehr warten. Ich möchte jetzt auf Steam gehen und ein Fallout 1 Remake kaufen und installieren. Und das spielen wir jetzt die ganze Nacht. Und in dem Fallout 1 Remake ist Tragic ein vollwertiges Minigame. So wie in Witcher 3 Gwent. Genau das möchte ich. Und dann reise ich durchs Ödland und werde der allerbeste Tragic Champion überhaupt. Wie keiner vor mir war. Alle Karten sammle ich. Das wäre so gut. Weißt du, das könnte man auch so ein bisschen mit einem Augen zwinkern. Das muss ja nicht super realistisch sein. Könnten dann so die ganzen Figuren aus den verschiedenen Fallout-Teilen quasi die Karten sein. von Tragic. Man könnte wirklich das Regelwerk von Magic so ein bisschen fast eins zu eins kopieren. Das wäre absolut großartig. Jetzt hätte ich Bock drauf. Naja. Okay. Ich könnte mir jetzt sein eigenes Deck... Wie viel gibt er mir denn für sein eigenes Deck? 50 Dollar. Der hat gar nicht so viel. Dann behalte ich es mir. Mir fällt gerade ein, dass du in der letzten Podcast-Folge noch nach Spielen gefragt hast. Pacific Drive. Ja, ja, ja. Das wurde mir auch schon empfohlen tatsächlich. Auf dem Discord. Das habe ich gespielt und fand es wirklich, wirklich gut. Das hat mir gut gefallen. Ich finde, hinten raus zieht sich es ein bisschen. Da wäre weniger mehr gewesen. Aber ich habe das durchgespielt. Ich finde auch in Pacific Drive die Stimmung so geil. Das ist wirklich super. Das hat mir echt gut gefallen. Okay. Hauen wir ab. Hallo, die Radde. Was geht? Und hallo, Heatwave. Von vorher noch. Schön, dass ihr da seid. So. Reaktor 5. Reaktor 5. Das ist einfach... Das müsste ein Nachtclub sein, oder? In einer besseren Welt wäre das kein Atomkraftwerk, sondern ein Nachtclub. Nachtclub. Stellt euch das mal vor. Nachtclub. Der Reaktor 5 heißt in einem alten Atomkraftwerk. Wie awesome wäre das eigentlich? Ich hätte ein bisschen Angst, da hinzugehen. Muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Wenn man da eine Nacht feiern geht, leuchtet man zwei Tage lang. Wortwörtlich. Bleib aus Vault City weg. Diese Leute sind Arschlöcher. Okay, da war ich schon. Die waren wirklich nicht sehr nett. Die wollten dauernd irgendwie hier. Du brauchst noch Passierschein A38. Und du kannst hier nicht rein. Du musst irgendwie... Blablabla. Ich fand die auch nicht sehr nett. Außerdem kommt der Meister von da. Der Meister war auch nicht sehr nett. Gehen wir in den Club Reaktor 5 oder gehen wir lieber nach oben? Gehen wir mal in den Reaktor 5. Ich habe Angst, dass wir verstrahlt werden. Ich weiß wirklich nicht, ob es da drin da aktiv ist. Ich glaube nicht. Obwohl. Ich weiß es nicht. Gehen wir rein. Let's go. Hallo, Grumpy. Und hallo, Esch. Willkommen im Atoman-Power, in der Atoman-Power-Anlage. Ich warne dich. Wenn irgendwas hier schief geht, solange du hier drin bist, dann werden wir dich dafür verantwortlich machen, Glatthaut. Okay, ich passe auf. Ich suche nach etwas. Ich wollte fragen, ob du mir vielleicht einen Hinweis geben könntest. Oh, was willst du denn finden? Den Reaktorkontrollraum? Den Supply-Raum? Den Roboter-Kontrollraum? Oder die Reaktor-Grube? Achso, ich wollte eigentlich nach dem FEV fragen. Nee, ich brauche doch keine Hilfe. Alles gut. Brauchen wir hier? Weil hier kann man doch wirklich mit Roboter irgendwie einen Reaktor reparieren oder verbessern oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Braucht man da einen Wissenschaftswert oder einen Reparierenwert? Wissenschaftswert hätte ich ja ein bisschen, ne? Das wäre gut. Ja, aber trotzdem danke für die Empfehlung. Weil hätte ich es nicht gekannt, ne? Es hätte ja sein können. Dann wäre das auf jeden Fall ein sehr guter Tipp gewesen. Aber eher zufällig bin ich da drüber gestolpert und habe das gespielt. Das ist nicht perfekt. Ich finde, das ist nicht perfekt, das Spiel. Aber schon sehr gut. Vor allem ein paar Songs aus dem Spiel habe ich immer noch so in meiner täglichen Playlist. Dörrfleisch. Hey, Dörrfleisch aus einem Atomreaktor. Dörrfleisch aus einem Atomreaktor. Perfekt. Was gibt's Besseres? Lecker. Das wurde wahrscheinlich durch die Radioaktivität über Jahrhunderte schon langsam gedörrt. Ich glaube, da ist es zumindest steril. Es ist zumindest ziemlich steril, das Dörrfleisch. Da lebt nichts mehr drin. Da muss man sich keine Sorgen machen. Oh, Wissenschaftsbücher. Falls es hier drin radioaktiv ist, lese ich die lieber nicht hier drin. Die lesen wir dann lieber irgendwo anders. Wo ich keine Angst haben muss, dass wir komplett verstrahlt werden. Ich räume denen jetzt einfach mal die Bude aus hier. Scheinbar ist es denen wurscht. Genau, das ist irgendwie so ein Minispiel mit der Robotersteuerung. Genau weiß ich auch nicht mehr, wie das abläuft. Ich weiß nur, dass ich es jedes Mal versau. Aber wenn das irgendwas mit Wissenschaft zu tun hat, dann könnten wir sie ja diesmal vielleicht hinkriegen. Cheesy-Puffs. Du bist auch ziemlich steril, wenn du lange Zeit bleibst. Das stimmt. Ghoule. Ghoule, die in Radioaktivität leben, die müssen sich wahrscheinlich keine Sorgen über Krankheitserreger machen. Außer natürlich in der Vorlordwelt können Bakterien auch ghoulifizieren. Wir wissen es ja nicht. Könnte sein. Vielleicht gibt es extra so Ghoulerreger quasi dann. Basically den T-Virus. Nur andersrum oder so. Ah, die gelbe Schlüsselkarte. Das ist gut schon mal. Na komm, steh mir halt nicht so im Weg rum. Und die blaue Schlüsselkarte. Die haben hier aber auch wirklich einfach keine Sicherheitsvorkehrungen, oder? Aber wirklich so gar keine. Ich meine gut, ihr habt mir am Anfang gesagt, wenn irgendwas passiert, bin ich schuld, ne? Insofern müssen die sich da nicht so viel Gedanken machen. Ich bin ja... The door appears to be locked. Muss ich die gelbe Schlüsselkarte benutzen? Hä? Ich dachte, ich komme hier mit der gelben... Ah ja, doch, genau. Das hat eh funktioniert. Okay, dann passt schon. Aber wir brauchen, wenn dann überhaupt, die rote noch. Die Strahlung ist ja ein Sicherheitssystem. True. Ich glaube, dieses Gerät hat noch nie richtig funktioniert. Ha. Wissenschaft! Du hast nichts Neues gelernt. Warum lerne ich denn nichts Neues? Gib mir doch mal ein paar Erfahrungspunkte wenigstens fürs Anwenden meines Wissenschaftsskills. Oh, hier ist jemand, der mit mir reden kann. Hallo, ich bin Festus. Ich leite diesen kompletten Reaktor hier. Ohne mich würde die Stadt runterfahren. Ich bin ziemlich beschäftigt. Siehe, ich bin wirklich auch hier. Ich werde ganz schön hier überarbeitet. Soweit ich mitbekommen habe, läuft der Reaktor nicht besonders gut. Gut, stimmt das? Na ja, es gibt hier sicherlich ziemlich viel Oranium. Ah, es verbraucht. Ja, ja. Das Kraftwerk verbraucht ziemlich viel Oranium und es leckt. Weißt du? Ich habe jemanden gefragt, es zu reparieren, aber keiner hört mir zu. Ich habe schon mitbekommen, dass hier alles so ein bisschen eher so laissez-faire abläuft. Äh. Stimmt es, dass Radioaktivität ins Grundwasser leckt? Boah, das ist zumindest möglich. Aber ich glaube nicht, dass das irgendeinen großen Schaden anrichten würde. Immerhin ist das unterirdisch. Ha, ich weiß nicht, ob du recht hast. Vault City hat sich über euer Reaktorloch beschwert, dass es ihr Grundwasser verunreinigt mit Radioaktivität. Das kann unsere Figur eigentlich noch gar nicht wissen. Wir haben mit niemandem drüber geredet. Aber okay. I allow it. Ich sag's einfach mal. Unmöglich. Keiner weiß mehr über das als ich. Die suchen nur nach irgendeinem Sündenbock. Wir beziehen unser Wasser nicht mal von derselben unterirdischen Wasserspeicher-Schicht. Du hörst dich ziemlich sicher an. Aber die haben sich auch ziemlich sicher angehört. Ziemlich überzeugt. Naja, die sind nur ein Haufen Amateure, wenn es um Atomenergie geht. Ich bin hier der echte Experte. Was ich sage, kannst du wirklich ernst nehmen. Wenn es noch irgendetwas gibt, das man ernst nehmen kann auf dieser Welt. Ich hab das ein bisschen frei übersetzt, aber ich glaub vom Sinn her passt's ganz gut. Naja, ich denke du weißt schon, wovon du redest. Tschüss. Darf ich mal in deinen Spind gucken? Ich guck nur. Darf ich deinen Stab stehlen? Ich könnte einfach mal nimm alles klicken, ne? Ich weiß nicht, warum ich den Button nicht benutze. So. Willkommen im Kontrollbereich. Ich speichere nochmal. Ich hab Angst. Das Kraftwerk macht irgendwie beunruhigende Geräusche die ganze Zeit. Muss ich die jetzt an die Tür anwenden oder nicht? Doch, ich muss das anwenden. Okay. Hallo, leuchtender Ghoul. Was geht? Hallo, ich bin Hank. Ich kümmere mich um das Innere des Reaktors. Es gibt ehrlich gesagt nicht so viel, was hier zu tun ist. Der erinnert mich ein bisschen an Humor. Hallo, Hank. Ich müsste bitte in den Reaktor rein. Warum? Warum muss ich in den Reaktor? Aber ich sag's trotzdem. Das würde ich dir nicht gerade empfehlen, Glattling. Du würdest sehr knusprig werden, wenn du das machst. Ich mag die Wärme. Aber ich würde es dir nicht unbedingt empfehlen. Da ist schon ein bisschen Hitze und Radioaktivität drin. Deswegen sind Glattis nicht unbedingt für diesen Ort hier gemacht. Dieser Ort wird von Robotern gewartet. Von Wartungsroboter? Jawohl, Glatti. Sie haben diesen Ort hier gebaut. Ne, warte mal. Ne, ne, ich hab's ganz falsch gelesen. Ja, die Glattis, die diesen Ort hier gebaut haben, wollten halt nicht gebrutzelt werden. Deswegen haben sie ein paar Roboter hier eingebaut. Sie wurden so designt, dass sie Wartungsarbeiten durchführen und über Fernsteuerkontrolle kontrolliert werden können. Von dem Terminal hier drüben. Ah, perfekt. Kann ich das benutzen? Naja, die funktionieren nicht gerade gut in letzter Zeit. Die überhitzen die ganze Zeit. Wir brauchen sie eigentlich nicht wirklich. Deswegen haben wir uns nicht darum gekümmert, die zu reparieren und ihre Hitzeschilde zu erneuern. Wenn du rausfindest, wie die Kontrollcodes funktionieren und sie nicht zu lange gebrauchst, dann könntest du in der Lage sein, zu machen, was du machen willst. Danke. Die sind aber, die haben wirklich keine Sicherheitsvorkehrungen, oder? Da kommt einfach irgendjemand rein und sagt, ey, darf ich in eurem Reaktor eure Roboter benutzen? Und der sagt, pff, YOLO. Let's go. Mach einfach mal. What could possibly go wrong? Ist ja nur ein Atomreaktor. Oder? Wissenschaft. Wissenschaft. Nichts gelernt, na super. Okay, willkommen zur RMRRCT Station 3. Was bedeutet RMRRCT? Reaktor Maintenance Repair Robot Control Terminal. Äh, ein Roboter, hä? Schauen wir mal, was wir über den rausfinden können. Reaktorwartungsroboter ist bereit für Initialisierung, Startsequenz. Funktionalität, Funktionalität, Access Code, Fragezeichen. Hm. Funktionen. Der Terminal wurde designt, um die Roboter zu kommandieren und koordinieren. Okay. Okay. In diesen Terminal kann man Kommandocodes eingeben, um die Roboterwartungseinheitung und Reparatureinheiten des Poseidon-Ölreaktors Nummer 5 zu steuern. Außerdem hat man über diesen Terminal Zugriff zum Poseidon-Net. Ah, irgendeine Art von Netzwerk? Ich frage mich, ob ich da reinkomme. Okay, Uplink ins zentrale Poseidon-Net eingeleitet. Ich muss den primären Sicherheitscode eingeben. 70Y644 und so weiter und so fort. Ich versuche mal den ersten. Inkorrekt. Ups. Dann versuchen wir den zweiten. Inkorrekt. Zutritt verweigert. Zwei weitere mögliche Versuche. Inkorrekt. Ein Versuch. Inkorrekt. Verdammt. Das war nur... Ich dachte, einer von den vier Codes wird der richtige sein, der mir angezeigt werden. Aber alle vier sind tatsächlich falsch. Das ist natürlich schlecht. Der Wissenschaftsskill wird später bei Skynet nützlich. Ja, genau. Können wir dem ein besseres Hirn, glaube ich, auch einpflanzen, ne? Ah, ich habe gerade einen richtigen Code eingegeben. Ah, ich muss die in der richtigen Reihenfolge eingeben. Ich habe jetzt die Roboter gerade aktiviert. Woher hat meine Hauptfigur diese Codes, frage ich mich. Woher haben wir die? Okay, wir können jetzt die Hauptwartungssequenz einleiten. Die Kühlungssequenz, die Reinigungssequenz, die Reparatursequenz. Okay, dann fangen wir mal an mit der Kühlungssequenz. Das war viel leichter, als ich gedacht habe. Okay, die Einheit rollt raus. Checking Drive System, okay. Checking Manipulator Arm, okay. Checking Initial Stabilizer, okay. Logic Circuits. Ah, die Logik-Schaltkreise sind kaputt anscheinend. Was bedeutet das? Jobaufgaben, Ort, Erkennung, ungenügend. Die Einheit kann die Bewegungsabläufe nicht erkennen oder ausführen. Über die vergrößerte Reichweite. Move Unit. Okay, ich muss die Einheit erstmal zu irgendeinem anderen Ort bewegen. Wo muss ich den Roboter hinbewegen? Ich muss wissen, wo die Hauptkühlausschaltventilanlage ist. Das Ventil ist nahe der östlichen Wand des Reaktors. Das Ventil wird von einem großen roten Rad gesteuert. Okay, das sollte nicht schwer zu finden sein, solange die rote Farbe noch nicht abgeblättert ist. Okay. Dann löschen wir erstmal alle Programme. Jetzt müssen wir, wir müssen jetzt in der richtigen Reihenfolge, glaube ich, hier Sachen einstellen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Okay, jetzt pass auf. Das ist mal logisch. Schauen wir mal. Wir können ein Plutonium-Gamma-Schild verstärken. Wir können den Uranium-Stab kalibrieren. Wir können den Strom auf Saturn-Klasse schalten. Wir können den deharmonisierten Neptunium-Impeller irgendwas machen. und wir können den Jupiter-Wave-Compiler testen. Alles heißt wie Planeten, oder? Naja, theoretisch schon. Wenn wir sagen, das ist Uranus, das ist Pluto, damals war das noch ein Planet, das ist Saturn, das ist Neptun und das ist Jupiter. Ich suche mir jetzt eine Karte von unserem Sonnensystem und dann tagt der schrägen Rätsel heute, aber voll. Und dann werde ich einfach mal in Reihenfolge der Planeten das eingeben. Ne? Ich brauche nur ein Image, ein Bild von unserem Sonnensystem, weil ich weiß das nicht auswendig. Okay, wo fangen wir mit dem nächsten an der Sonne an, oder? Geht die Planeten nach der Entfernung zur Erde durch? Oh Gott, Entfernung zur Erde ist ja noch schwieriger. Ich hätte jetzt mal Entfernung zur Sonne gemacht. So die Reihenfolge in unserem Sonnensystem. Okay, los geht's mit Merkur. Haben wir nicht. Ich meine, Pluto ist ganz außen, ne? Der ist auch gar nicht mehr auf der Karte, die ich da habe. Wir haben... Ah, das ist in dem Fall... Oder haben wir Venus? Irgendwas mit Venus? Ne. In dem Fall ist Entfernung zur Sonne und zur RRI gleich. Also. Wartet, ich muss mir das kurz aufschreiben. Wir haben Uranus, Pluto, Saturn, Neptun. Da ist quasi Saturn. Dann kommt Uranus. Dann kommt Neptun. Und dann fehlt noch Pluto. Und der kommt eigentlich noch weiter draußen. Ich glaube, Pluto war, oder der ist ja immer noch, der ist ja nicht verschwunden. Der ist noch kein Planet mehr. Aber wenn ich mich recht erinnere, war Pluto ganz, ganz außen in unserem Sonnensystem. Als er noch im Planet war. Jetzt ist er ausgewandert, weil er beleidigt war. Ah ja, hier habe ich noch eine alte Karte. Da ist Pluto noch mit drauf. Der ist ganz außen. Ja, dann müsste das stimmen. Aktiviere einfach die Selbstzerstörung, ja. Frag ChatGPT. Das wäre eine gute Idee gewesen. Aber hier wird noch selber Rätsel gelöst. Ah, jetzt müssen wir erstmal wieder den Bildschirm freirubbeln, weil ich habe mich rausgetappt. Das kennen wir ja schon. Der Rubbellos-Simulator. Also, wir fangen an mit Saturn. Erstmal schalten wir die Spannung auf Saturn-Klasse. Zurück zum Hauptmenü. Zweitens, Uranus. Wir kalibrieren das Uranium. Drittens. Wir deharmonisieren. Oh shit, ich habe Jupiter vergessen. Jupiter gibt es ja auch noch. Verdammt. Und Jupiter kommt davor. Jupiter kommt noch vor Saturn. Okay, dann machen wir erst Jupiter. Hey, ich kann mich an das Rätsel absolut nicht mehr erinnern. What the fuck? Zurück zum Hauptmenü. Alle Kommandos löschen. Kommando hinzufügen. Wir fangen an mit... Wir testen den Jupiter-Wave-Compiler. Nachdem wir das gemacht haben... Deharmoni... Nee. Setzen wir Voltage auf Saturn-Klasse. Dann... Wo sind wir? Uranus. Dann kalibrieren wir den Uranium-Stab. Dann... Deharmonisieren wir den Neptunium-Impeiler. Und zuletzt... Amplifyen wir, verstärken wir das Plutonium-Gammaschild. Programm ausführen. Execute Program. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir alle sterben. Passiert irgendwas? Irgendwie nicht, oder? Hallo, schön, dass du nochmal vorbeischraust. Fühlt sich schön tostig an. So nah am Kern zu sein. Die meisten Glattis mögen das nicht besonders gerne. Haben wir jetzt irgendwas gemacht? Fehler. Core wurde abgestoßen. Die Einheit ist zum Kontroll... Ach so. Dann war das jetzt falsch. Aber es ist nichts weiter passiert, glaube ich. Dann machen wir es jetzt nochmal in umgekehrter Reihenfolge, oder? Dann verstärken wir erstmal Plutonium. Dann kommt Neptun. Dann kommt Uranus. Dann kommt Saturn. Und dann kommt Jupiter. Was passiert, wenn ich auf Endprogramm drücke? Ach, das ist gleiche. Okay. Jetzt nochmal. Okay. Mr. Handy fährt los. Er macht was. Er fährt weiter. Okay. Er fährt weiter. Er fährt immer noch. Ja. 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 I guess. Und jetzt? Sind wir fertig? Ist was passiert? Haben wir es richtig gemacht? Explodiert jetzt alles? Sterben wir? Ich kriege keine Fehlermeldung. Ich habe keine Ahnung. Ich sage ja, ich glaube, ich habe das Rätsel hier noch nie richtig gelöst, weil ich einfach nicht verstehe, was hier los ist. Ja, halt mal den Daumen hoch, um die Explosion zu messen. Soll ich da jetzt reingehen? Ganz schnell reinlaufen und an der Kurbel drehen? Weil ich jetzt alles richtig gemacht habe, sterbe ich nicht dabei? Schnell, lauf! Ah! Wir sterben schon. Wir sterben schon. Zehn Schadenspunkte bekommen. Wartet mal. Teammitglieder, ihr müsst nicht mitkommen. Seid nicht lebensmüde. Seid nicht so dumm wie ich. Habe ich jetzt dran gedreht oder nicht? Oh, wir haben Schwierigkeiten dran zu drehen. Okay, dann war das jetzt auch noch voll für den Arsch. Warum sind wir eigentlich oben rumgelaufen, wenn Zulik unten lang gelaufen ist, wenn das eine Option war? Kann mir das jemand erklären? Okay, aber wir leben. Alle leben. Aber wir konnten das Ding eh nicht drehen. Also hat es eh keinen Sinn. Und wir sind verstrahlt. Und ich komme hier schon wieder nicht weiter. Ich verstehe das hier einfach nicht. Ich muss mir wirklich irgendwann mal angucken, was ich hier machen muss. Ich glaube, ich habe es noch nie verstanden. Du musst noch das Hydro-Magneto-Dingens installieren, damit der Reaktor richtig funktioniert. Und damit ist Bunkerstadt gerettet. Ich mache mal die Tür wieder zu. Okay, ich gehe einfach weg. Ich lade jetzt nochmal, sparen wir uns das einmal durch den Reaktor laufen. Ich glaube, wir haben das mit dem Planeten schon richtig gemacht. Aber das reicht noch nicht. Aber gucken wir mal. Muss ja nicht heute und morgen passieren. Ah, okay. Ich habe so viel zu tun. Ich könnte wirklich mal eine Pause brauchen. Aber, weißt du, kein anderer kann sich um den Reaktor kümmern, außer ich. Ich ernte die Macht des Atoms, weißt du. Das macht einen schon ziemlich fertig. Okay, ich dachte, jetzt könnten wir vielleicht eine Quest oder sowas annehmen. Du siehst auch so aus und riechst so, als würdest du jeden Moment auseinanderfallen. Nee, okay. Ja, ich will deine wertvolle Zeit gar nicht mehr stehlen. Ich bin dann mal weg. Okay, hauen wir hier mal wieder ab. Ich mochte das Kraftwerk noch nie. Wirklich. Ich weiß gar nicht genau warum. Aber immer, wenn wir hier reingehen, jedes Mal, wenn ich das spiele, denke ich mir so, oh nee, das Kraftwerk. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mal genau warum. Wahrscheinlich, weil ich dieses Reaktor-Rätel immer verkacke. Ich habe da irgendwie einfach echt keinen Bock drauf. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal nach Norden. Gehen wir einfach mal zu Survival-Gear-Locker. Das klingt schon interessanter. Jawohl. Hi, ich bin Percy Crump. Meisterhändler in dieser Location hier. Aber meine Freunde nennen mich einfach nur Alter Percy. Ja, kannst du, hä? Also ich kann ihn auch so nennen, ja. Jeder tut es nämlich. Also, was kann ich für dich tun? Ich wollte nur mal fragen, was hier in dieser Stadt so vor sich geht. Och, eigentlich nicht so viel hier in der Stadt. Ich habe gehört, Woos hat einige Neulinge aus der schwarzen Orchidee geholt. Hehehehe. Hä? Irgendwie auch immer. Ansonsten ist mein Freund Woody verschwunden. Okay, okay, okay. Erzähl mir mehr drüber. Naja, weißt du, ich hatte einen Freund namens O. Woody. Dieser Woody. Er konnte schlafen wie sonst niemand. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so tief schlafen konnte. Aber was noch schlimmer ist, er ist auch gerne gereist. Er hat wirklich gerne Staub aufgewirbelt. Okay. Das wäre ja nicht so ein großes Problem. Aber das letzte Mal, als ich von Woody gehört habe, wollte er rüber zu The Den gehen. Du weißt, wo The Den ist, oder? Ja, ich war schon bei The Den. Weiter. Naja, wie auch immer. Wie ich gesagt habe. Das wäre nicht so ein großes Problem hier rund um Gekko. Aber, weißt du, Leute an anderen Orten sind nicht so dran gewöhnt, wie wir hier aussehen. Okay. Kannst du zwei und zwei nicht zusammenzählen? Ich mache mir Sorgen, dass Woody ein Schlimmerchen in The Den gemacht hat. Ein Schlimmerchen. Auch sehr gut. Sehr gut übersetzt. Es ist immerhin ein ziemlich langer Trip nach The Den, weißt du. Und dann haben sie den armen Kerl vielleicht lebendig begraben. Ich brauche jemanden, der nach ihm sucht. Ja, und ich weiß auch schon ganz genau, wo Woody ist. Wir haben Woody nämlich schon gesehen. Wir haben Woody nämlich quasi schon getroffen. Ja, weißt du, ich vermisse ihn. Deswegen. Percy guckt mit feuchten Augen mich an. Oh, du willst also wissen, was für dich drin ist. Naja, das ist normalerweise der Part, wo es für mich interessant wird. Also erzähl weiter. Verzeihung. Well, I know where I can get a hold of a heck of a lot of preva stock of Yenu, Wine, Red X. Okay, er weiß, wo er super viel Wein, Red X und Red Away herbekommt. Bringt mir nicht besonders viel. Aber ich dachte mir vielleicht, für so einen Glatti wie dich wäre das vielleicht ziemlich wertvoll. Also, nimmst du den Job an oder nicht? Ich zahle dich, sobald ich weiß, dass Woody in Sicherheit ist. Ja, ich tue es. Ich komme zu dir zurück, sobald ich was weiß. Ich weiß eigentlich jetzt schon was, aber ich kann es dir noch nicht sagen, oder? Ja, nee, ich suche immer noch nach ihm. Aber hey, lass uns vielleicht mal handeln. Was hältst du denn davon? Wir haben super viel Stimpacks, super viel Munition, Seilmesser, Red Away und ein paar ordentliche Kronkorken. Endlich mal ein Händler, der ein bisschen Kohle hat. Gucken wir mal, was wir dem verscherbeln können. Ich hätte ein bisschen Schnaps, noch ein bisschen Schnaps und Cheesy und Dingsti und drei Dörrfleisch. Eine Leuchtfackel. Zwei Gecko heute. Die sind gar nichts wert. Wenn die nicht golden sind, sind die gar nichts wert. Ein bisschen Cola. Die Heilung behalte ich. Ich hätte noch mehr Schnaps. Ich hätte ein Seil. Eins behalten wir mal lieber. Ich weiß nicht, ob wir noch eins brauchen. So viel mehr habe ich leider eigentlich gar nicht zu verkaufen, ehrlich gesagt, leider. Ich kann ein Deck Tragic noch verkaufen. Alles andere würde ich fast gerne behalten. Ja, schade. Aber hey, immerhin, immerhin zwei, zwei, sieben, vier Geld. Mehr als vorher. Das heißt, wir haben jetzt wieder über tausend Geld, immerhin. Ein guter Tausch. Die Welt steht still. Ein guter Tausch. So, gucken wir mal, wen wir hier noch so treffen. Hallo. Hallo. Ich räume euch mal die Bude aus, wenn ihr nichts dagegen habt. Genau, die Mumie. Genau, er ist die Mumie. Er ist quasi eingepennt und der Scharlatan-Magier hat ihn in den Sarg gelegt und verkauft ihn jetzt als Mumie. Das ist quasi der Gag in der Quest. Dann mache ich die Tür auf, damit meine Figur dann wieder außen rumläuft, oder was? Hallo. Ist dir schon mal aufgefallen, dass jedes Brahmin seine eigene Persönlichkeit hat? Moment, 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 Moment. Heißt das, die haben zwei Persönlichkeiten? Jeder Kopf eine eigene Persönlichkeit? Das hätte mich schon lang interessiert. Haben die zwei Köpfe zwei separate Gehirne und jeder Kopf ist seine eigene Persönlichkeit? Oder teilen die sich irgendwie ein Gehirn und die haben einfach nur zwei Köpfe, so wie wir auch zwei Arme haben oder sowas? Das wären mal die spannenden Fragen. Naja. Naja, wenn du sie so lange beobachtest, wie ich das getan habe, dann fällt es dir auf. Hey, ich bezweifle das überhaupt nicht. Jedes, ich denke, jedes Wirbeltier hat seine eigene Persönlichkeit. Ähm. Das ist wirklich interessant. Wer bist du? Naja, mein echter Name ist John, aber alle nennen mich Lumpi. Warum denn Lumpi? Naja, das ist so eine Art Running Gag hier, weißt du? Ähm. Normalerweise nennen sie Leute wie dich und mich ja hier Glatthaut. Aber da ich von anderen Glatthäuten so schlecht behandelt wurde in Walt City, äh, haben die Gule hier beschlossen, dass ich wohl mehr Lumpi sein muss als die. Wie würde man Lumpi denn hier übersetzen? Beulig oder sowas oder so, ne? Irgendwie. Keine Ahnung. Warum haben sie dich in Walt City denn schlecht behandelt? Naja, sie haben mir gesagt, ich bin nicht Mensch genug für sie. Ich habe irgendeine Art Radioaktivität-Resistenz. Perfekt, um hier zu leben, aber sie mochten es nicht. Haben mich wie Dreck behandelt. Und wirklich? Das ist schon mega weird, oder? Weil jemand gegen Radioaktivität immun ist. Wie finden die das überhaupt raus? Und nein, einmal kurz rausgeklickt und schon müssen wir wieder rubbeln. Eines Tages habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich, ich, äh. Ich, ich, ich habe mir gedacht, draußen in der Wüste zu sterben ist immer noch besser, als in dieser Stadt voller Arschlöcher zu leben. Und wie bist du dann hier gelandet? Naja, eine Karawane aus Broken Hills hat mich gefunden und mich hierher gebracht. Seitdem bin ich hier. Ähm, one thing about the ghouls here is that they care more about what kind, ah ja, die Ghoule hier kümmern sich eher darum, was in einem steckt. Hier sind alle wie eine große Familie. Broken Hills, wo ist das denn? Broken Hills ist da, wo wir das ganze Uranium herbekommen. Das wir brauchen, um den Atomreaktor zu betreiben. Heißt das im Deutschen wirklich Uranium oder ist das nicht einfach nur Uran im Deutschen, oder? Aber egal. So wie ich das verstanden habe, kommt das Uran aus. Minende Mutanten graben das dort aus. Aber die Menschen handeln es. Bunkerstadt ist schon wirklich unfassbar rassistisch. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wie es Bunkerstadt hat. Nee, 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 die haben auch keinen Bock auf Mutanten und so weiter. Ich meine, offensichtlich schmeißen die sogar den raus, weil er immun gegen Radioaktivität ist. Bunkerstadt ist schon ein bisschen so Enklave Light, ne? Und warum handeln die Menschen für die Mutanten? Na ja, sie handeln zum Beispiel auch mit Walt City. Und Walt City behandelt alle, die keine puren Menschen sind, wie Libra-Erkrankte. Deswegen braucht Broken Hills menschliche Händler. Ein Kerl namens Chad macht das, glaube ich. Chad, das behalte ich mal im Hinterkopf. Darf ich dich noch was anderes fragen? Was willst du wissen? Aber wir wissen ja, dass nachdem, also wir wissen ja, dass sich offiziell auch, doch, ich glaube, das wissen wir, Bunkerstadt der NCA angeschlossen hat. Und da war sie dann wahrscheinlich vorbei mit Diskriminierung. Die NCA hatte ja ziemlich strenge Antidiskriminierungsgesetze, was Mutanten aller Art angeht, mutierte Menschen aller Art. Die wurden tatsächlich regional teilweise sehr unterschiedlich durchgesetzt, unterschiedlich streng, aber immerhin gab es die Gesetze. Der konnte Bunkerstadt die wahrscheinlich nicht mehr einfach so verbannen oder nicht in die Stadt lassen. Natürlich konnten die denen immer noch Steine in den Weg legen, wenn sie wollten oder irgendwie, ne, wie Bürger zweiter Klasse behandeln oder so. Aber immerhin wurden die dann ein bisschen reguliert. Kann man zumindest davon ausgehen. Was ist das für Müll, den du hier bewachst? Naja, ein bisschen was von dem Müll sind Überbleibsel aus dem Reaktor vor dem Großen Krieg. Der Rest von dem Zeug, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Skeeter sammelt alles Mögliche an Zeug. Wer ist denn Skeeter jetzt schon wieder? Naja, Skeeter ist so eine Art Mechaniker. Er zerlegt alles Mögliche und... Äh, dass man ihn bringt. Und das meiste davon kann er dann auch wieder zusammenbauen. Also früher oder später. Manche Sachen werden dadurch sogar besser, als sie vorher waren. Und wo finde ich diesen Skeeter? Skeeter ist normalerweise in seiner Werkstatt südlich vom unfertigen Reaktor. Man kriegt ihn da so gut wie nie raus. Okay, darf ich dich noch was anderes fragen? Was machst du hier so? Ich bewache Brahmin oder helfe Skeeter in seiner Werkstatt. Okay, wollen wir noch handeln, Lumpi? Lumpi hat theoretisch auch Geld, aber ich habe eigentlich nichts mehr zum Verkaufen, ne? Macht gar keinen Sinn zu handeln. Tschüss! Ich würde sagen, wir lesen jetzt mal unsere Bücher, die wir haben. Unser Medizimbuch werden wir ein bisschen besser in erster Hilfe. Und unser Arzt, unser Wissenschaftsbuch werden wir ein bisschen besser in Wissenschaft. Und jetzt ist es Nacht, na toll. Ich glaube, überspringen wir kurz ein bisschen Zeit, oder? Ich hasse es, wenn es dunkel ist. Sieht man so schlecht. Warten wir schnell bis 8 Uhr morgens. Tada! Schon besser. Schon sehen wir ein bisschen was. Wo ist eigentlich Sulik? Ach da, im Brahmin-Stall, okay. Ich habe immer Angst, ich habe immer, also grundsätzlich in so alten Rollenspielen, die das nicht so eindeutig kommunizieren, habe ich immer Angst, dass ich irgendwie erst nach Stunden Spielen merke, dass irgendwo ein Begleiter von mir mal gestorben ist. In eine Schlucht, in Fallout 3, ey. Oh, in Fallout 3 ist mir das wirklich mal passiert. Irgendein Begleiter ist da in eine Schlucht gefallen. Einfach so von der fucking Klippe gestürzt. Und ich habe es irgendwie nicht mitbekommen. Ich habe das dann erst irgendwie viel später rekonstruieren können. Und habe dann irgendwie stundenlang gespielt. Und wollte eigentlich niemanden sterben lassen. Und war dann so, oh, come on. Nicht wirklich. Warum? 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 Oder nee, warte, warte. Das habe ich jetzt falsch erzählt. Glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere, ist der in die Klippe gefallen und ich habe es gemerkt. Habe aber seit Stunden nicht mehr gespeichert. Ich glaube, so rum war es. Aber ist ja egal. Beides ist super frustrierend. Und ich habe trotzdem Angst, dass die sterben, ohne dass ich es mitbekomme. Hallo, mein Name ist Gordon. Gordon von Gecko. Hallo, Gordon von Gecko. Mein Name ist du, will ich auch, Gordon. Mario Gordon. Was machst du denn hier? Ja, ich suche nach Möglichkeiten. Möglichkeiten sowie, naja, ich suche nach Möglichkeiten, mein Potenzial, meinen potenziellen Wert zu maximieren. Ähm, klingt gierig. Ja, ich bin gierig. Aber die meisten Menschen missverstehen Gier. Gier ist eine mächtige Antriebskraft. Durch die Geschichte hat die Menschheit immer das Größte erreicht, wenn die Menschen nach einer besseren Position gestrebt haben. Getrieben von Gier. Gier, weil mir kein besseres Wort dafür einfällt, ist gut. Naja, ich nehme dich beim Wort, Gordon. Aber was hat Gier mit Gecko zu tun? Beides beginnt mit G, genauso wie Gordon. Gier, Gecko, Gordon. Ne? Es macht alles Sinn. Bis jetzt noch nichts. Aber in der Gier liegt Geckos, äh, genau. Super Mario und Gordon Freeman waren unsere Namensvorfahren. Äh, Salvation. Erlösung, genau. In der Gier liegt Geckos Erlösung. Ich habe wichtige Informationen für das Überleben von Gecko. Aber niemand will mir zuhören. Welche Informationen hast du denn? Naja, ich habe ausgerechnet, dass wenn der Reaktor richtig laufen würde, würden wir enorme Energie erzeugen. Viel mehr, als Gecko brauchen würde. Okay. Und, ich habe außerdem rausgefunden, aus einer verlässlichen Ressource, dass World City nicht expandieren kann, wenn die nicht mehr Energie erhalten würden. Wer ist denn eine sehr zuverlässige Ressource? Naja, eines Nachts habe ich aus dem Reaktorloch eine Stimme gehört. Eine Stimme aus den Schatten. Ich wusste erst nicht, was ich davon halten soll. Aber, was die Stimme gesagt hat, hat ziemlich viel Sinn ergeben. Alles ergibt Sinn. Die Zahlen, die Zahlen, alles macht Sinn. Ich weiß nicht, wer oder was diese Stimme ist. Aber die Fakten passen alle zusammen, wie schon gesagt. Und was hat die Stimme gesagt? World City, weißt du, hat genug Energie für ihre aktuellen Bedürfnisse. Solange sie vorsichtig sind. Aber der Reaktor, der Vault, war nie dafür designt, wurde nie für das, was die Stadt jetzt schon benötigt, designt. Er ist aktuell wirklich an maximaler Leistungsgrenze. Ohne mehr Energie können sie nicht mehr weiter wachsen. Ja, aber ich verstehe jetzt nicht ganz, wie das dir hilft. Naja, wenn unser Kraftwerk besser laufen würde, dann könnten wir unsere überschüssige Energie und technologische Expertise an World City verkaufen, im Austausch für medizinische Technologie. Okay, und dann? Ohne mehr Energie wird World City ausbrennen. Achso, nee, ohne mehr Energie wird der Reaktor von World City innerhalb der nächsten 15 Jahre ausbrennen. Wenn Gekos Reaktor nicht repariert wird, dann halten wir nur halb so lange durch. Ohne medizinische Technologie werden alle Ghouls irgendwann mal sterben in den nächsten 20 Jahren. Jeder verliert, wenn World City und Gekos nicht kooperieren. Dann bist du im Grunde einfach nur ein guter Samariter, oder? Irgendwie kaufe ich dir das nicht ab. Naja, ist auch überhaupt nicht so. Ich habe mein Ende... Ne, ich habe meine Bedürfnisse schon irgendwie im Blick. Ich wäre die logische Figur, um das alles zu administrieren. Gier ist meine treibende Kraft. Aber tausende von Leben würden dadurch gerettet werden. Gier ist gut. Also zumindest würde es dann sein, wenn ich... Irgendjemanden in World City dazu kriegen würde, meine ökonomischen Daten zu lesen. Hm. Es könnte mir möglich sein, jemanden in der Stadt die Daten zu zeigen. Naja, ich habe all die relevanten ökonomischen Daten auf meinem Schreibtisch. Du kannst sie haben. Wenn du mir versprichst, dass du die Daten jemandem im World City zeigst, der sie verstehen kann. Und sie auch... Äh... Ja, nee, genau, passt schon. Aber geh diskret damit um. Nicht jeder dort wird glücklich darüber sein, dass du dich mit Ghoulen unterhältst. Äh... Okay, ich nehme die Disk. Achso, er hat vielleicht nicht gesagt auf seinem Schreibtisch, sondern auf seiner Diskette. Vielleicht habe ich das falsch gelesen. Okay, ich nehme die Disk. Sie ist in guten Händen. Tschüss. Haben wir die Disk jetzt schon bekommen? Da ist sie. Da steht drauf, Gekko-ökonomische Daten. Viele der technischen Graphen sind schwer zu interpretieren. Tabellen und Formeln. Aber hauptsächlich Informationen, die den Vorteil von Wall City... Die den Vorteil einer Wall City-Gecko-Allianz zeigen. Aufzeigen. Okay, alles cool. Wir waren zwar noch nicht mal wirklich in Wall City drin, aber immerhin haben wir jetzt schon mal hier die Zusammenarbeitsdaten. Hey, ein Deck-Tragic. Sehr gut. Und nochmal Cheesy Puffs. Warum ist hier so ein eingegitterter Bereich? Ja, einfach nur... Das ist halt sein Vorhof, ne? Gehen wir mal in die Werkstatt rein. Hallo. Ich hab gehört, du kannst alles zerlegen und wieder zusammenbauen. Stimmt das? Hallo. Ich bin Skeeter. Ich baue Dinge zusammen. Hast du zufällig, was das Garden Eden-Creation-Kit genannt wird? Ah, du suchst nach einem Gig. Naja. Ich weiß nicht wirklich, wo du eins finden kannst von diesen Dingern. Ich weiß, dass Wall City eins benutzt hat. Wahrscheinlich. Oder eins mal besessen hat, sagt er eigentlich, genau. Wall City hatte mal eins? Ja. That's how... That's how come they are so darn well off. Deswegen geht's ihnen so gut. Der spricht sehr weird. Das ist super schwer zu lesen für mich. It's sure ain't cause they know... Also wegen dem Gig geht's denen so gut und sicher nicht, weil sie wissen, was sie da eigentlich tun. Es ist, weil das Gig ihre Getreide gestartet hat und sie ihre Stadt aus der Wall draus quasi betreiben können. Und wer könnte noch ein Gig haben? Naja. Lass mich mal nachschauen. Die meisten Walls sollten so ein Gig haben. Du könntest versuchen, den alten, in anderen Walls nachzusauen. Danke für den Tipp. Ich möchte dich noch was anderes fragen. What are you needing? Lass uns mal schnell tauschen. Oh, warte mal. Der hat nix zu tauschen. Der hat ne Werkstatt und hat nix zu tauschen. Mischung aus Umgangssprache und schriftlicher Akzent. Ja, ja. Voll. Aha, das ist doch schon interessant. Hast du zufällig eine Batterie, die ich benutzen könnte, um ein Auto zu reparieren? Ha, lustig, dass du fragst, weißt du? Autos nutzen austauschbare Fusionszellen oder Batterien für Energie. Was normalerweise kaputt geht, ist die Benzinzellenkontrolle oder die Energiezellenkontrolle. Die meisten Amateurmechaniker nehmen einfach an, dass die Batterie selbst kaputt ist. Aber du weißt ja, was... Das ist ein Wortwitz, den kann man nicht übersetzen. Der spricht von annehmen, assuming, dass Ass besonders betont, was Arsch heißt. Also er sagt quasi so, annehmen ist Arsch nehmen oder sowas. Okay. Also hast du jetzt einen Fuel-Cell-Controller? Ja, den habe ich. Genau hier. Wartet einfach nur... Wartet nur darauf, in dein Auto eingesetzt zu werden. Hast du ein Auto? Naja, ich weiß, wo ein Auto ist. Was würde es denn kosten, dieser Fuel-Cell-Controller? Naja, Geld ist schön und gut, aber ich brauche irgendwas anderes. Irgendwas, das ich nicht selber beschaffen kann. Ja, und was brauchst du? Heutzutage sind gute Werkzeuge schwerer zu kriegen als Teile. Ich brauche ein brandneues Super-Tool-Kit. Snap something brand's best. Also die Snap irgendwas Marke ist die beste. Warte, ein neuer Werkzeugkasten, ein neues Tool-Kit. Wo kriege ich denn sowas? Naja, der beste Ort, wo man sowas herkriegt, ist wahrscheinlich irgendwo in Wall City. Die haben alles mögliche an Werkzeugen. Aber die würden so einem Ghoul wie mir niemals was davon abgeben. Also, ich bring dir ein super Tool-Kit und du gehst wieder für die Autoteile? Exactly. Also wieder so ein Wortwitz, den man nicht übersetzen kann. Ei, ei, einverstanden. Keine Ahnung. Das ist der Deal. Ein super Tool-Kit gegen eine Full-Cell-Control. Okay, hört sich nach einem fairen Deal an. Darf ich dich noch was anderes fragen? Was brauchst du denn? Eigentlich habe ich keine anderen Fragen mehr. Darf ich, ich speichere mal vorher, darf ich dich noch plündern? Beziehungsweise hast du verschiedene Inventare, wenn ich da draufgehe? Verhandelst du dann plötzlich? Nee. Aber ich habe das wirklich so in Erinnerung, dass Händler verschiedene Inventare haben, wenn ich in verschiedene Regale klicke. Aber bis jetzt hat es bei noch keinem funktioniert. Das verwirrt mich. Ach, naja. Ach, guck mal. Immerhin hat er ein Lockpick-Set. Das ist auch nicht schlecht. Oh ja, stimmt. Wir bräuchten, glaube ich, einen... Was brauchen wir? Einen elektronischen Dietrich bräuchten wir, glaube ich, damit wir im Keller von der Gifthöhle kommen. Mit einem elektronischen Dietrich könnten wir uns nämlich eine schwere Waffe holen. Ansonsten gibt es, glaube ich, noch eine... Ich glaube, bei der NCA, wenn mich nicht alles täuscht, vor der NCA gibt es, glaube ich, eine Wache. Aber ich bin mir da echt gar nicht mehr sicher. Ich meine, vor der NCA war das, dass da eine Wache steht, die man ausrauben kann. Oh, guck mal. Ein Tool auch noch. Und dann kann man der eine schwere Waffe klauen auch. Ich glaube, bis wir auf anderem Wege eine schwere Waffe kriegen, könnte das noch ein bisschen lange dauern. Da bin ich eigentlich nicht so begeistert. So, und nun? Hätten wir ein paar Jobs in Wall City zu erledigen eigentlich, ne? Gehen wir vielleicht wieder nach Wall City zurück. Das mit dem Reaktor, da können wir uns noch drum kümmern, wenn wir die Quest dafür haben. Aber warte mal, sollte Harold nicht hier sein? Wo ist Harold eigentlich? Ah, hier stehen schon wieder alle im Weg. Wo ist Sulik eigentlich schon wieder? Pff. 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 Wo ist es wirklich? Ich mache mir Sorgen um Sulik. Ah, da hinten ist Sulik. Alles gut. Aber dauernd. Die anderen beiden kleben an mir dran und Sulik ist immer sonst wo. Pff. 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 Ah, wir waren noch nicht im Klohäuschen. Ich erwarte nicht, dass wir da was Großartiges finden, aber gucken wir mal. Pff. 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 Haut. Das stimmt. Kann ich dich was fragen? Grün. Harold, was machst du denn hier so? Äh, dieser Ort hier fällt gerade auseinander? Na ja, so etwa in der Art. Unser Reaktor ist ein klein wenig empfindlich. Meine Leute tun ihr Bestes, aber sie haben die Intelligenz auch nicht mit Löffeln gefressen. Wenn du verstehst, was ich meine. Äh, was meinst du? Du bist wohl auch nicht geraten geistiger Überflieger, was? Sie sind einfach nicht besonders klug. Ich gebe dir ein Beispiel dafür. Erst neulich bekomme ich einen Bericht, in dem steht, dass das Kühlmittelventil zugedreht werden soll. Das hätte eine Kernschmelze gegeben, gegen die der Grand Canyon gar nichts gewesen wäre. Ja, das hört sich nicht gut an. Und das wäre auch gar nicht gut gewesen. Zum Glück konnte ich noch rechtzeitig einschreiten. Aber es war haarscharf. Sie brauchen jemanden, der aufs... Sie aufpasst. Ja, dann ist es ja gut, dass du hier bist, um ihm zu helfen. Wer hätte gedacht, dass ich noch zu etwas Nutze sein würde. Wenn wir allerdings nicht schleunigst, einen hydroelektrischen Magnetosphärenregulator bekommen, sieht schlecht aus. Einen hydroelektrischen Magnetosphärenregulator. Was zur Hölle ist ein Hydro-Magna-Was-auch-Immer-Lator? Technisch gesprochen ist es ein Dingsbums. Ein Dingsbums, okay. Und was macht das Dingsbums? Ohne einen funktionierenden hydroelektrischen Magnetosphärenregulator gelangt radioaktives Kühlmittel ins Grundwasser. Das bedeutet, dass jeder, der das Wasser trinkt, zum Pinkeln im Dunkeln kein Licht mehr braucht. Außerdem benötigen wir mehr Brennstoff, da das Kraftwerk es nicht optimal verbrennt. Okay, hört sich schlecht an. Wo würde man denn so ein Hydro-Magneto-irgendwas oder so herkriegen? Ich bin sicher, dass die Scheißkerle in Bunkerstadt einen haben. Aber mit uns teilen wollen sie natürlich nicht. Egal, selbst wenn wir ein solches Ding hätten, wäre es nicht mal sicher, dass Festus das verdammte Ding installieren könnte. Ein hydrodynamischer Pfannenwender, genau. Wolltest du, sie würde euch die Teile nicht geben? Meinst du, selbst wenn das bedeuten würde, dass ihr eigenes Grundwasser nicht mehr verschmutzt wird? Sie würden uns nur helfen, wenn es ihnen selbst nutzen würde. Das macht die Sache ziemlich aussichtslos. Hm, wahrscheinlich hast du recht. Aber vielleicht könnten wir sie ja davon überzeugen, dass sie dir helfen sollten. Sie schießen jeden Ghul ab, den sie sehen. Das erschwert die Konversation. Vielleicht könnte es ihnen ja jemand anders vorschlagen. Wir brauchen einen hydroelektrischen Magnetosphärenregulator. Er muss bald installiert werden, sonst haben wir ein echtes Problem. Okay, und was passiert, wenn ihr den nicht kriegt? Wenn wir es nicht auftreiben können, kannst du darauf wetten, dass die Hohlköpfe von Bunkerstadt unser Kraftwerk abschalten, und zwar für immer. Und was macht ihr dann? In einen tiefen Schlaf fallen. Bunkerstadt kennt keine Gnade. Sie werden einfach herkommen und uns alle töten. Wenn wir das Teil nicht auftreiben können, wird wenigstens ein Baum an mich erinnern. Foreshadowing. Naja, okay, okay. Und wie heißt das Ding gleich nochmal? Wir brauchen einen hydroelektrischen Magnetosphärenregulator. Er muss bald installiert werden, sonst haben wir ein echtes Problem. Okay, cool. Darf ich dich nochmal was anderes fragen? Wie kann ich dir helfen, Grün? Gibt es irgendwelche interessanten Orte zum Handeln und Vorräte wieder aufstocken? Ich glaube, da waren wir schon überall, aber ich frage mal. Red mal mit Wuss. Drüben in der Harfe? Kannst du gar nicht verfehlen. Ist gleich da drüben. Jo, danke. Ich habe noch eine Frage. Wie kann ich dir helfen, Grün? Kann es sein, dass da ein Baum auf deinem Kopf wächst? Wohlneidisch, was? Sein Name ist Herbert. Ich rede mit ihm, wenn ich mich einsam fühle. War nur ein Scherz. Sein Name ist Bob. Okay, na gut. Vielleicht hast du oder Bob irgendwelche noch Antworten auf meine Fragen. Wie kann ich dir helfen, Grün? Ich suche nach etwas, das Garden Eden Creation Kit heißt. Ähm, schon mal gehört? Ein Garden Eden Erstellungskit. Ein Gig, meinst du? Genau. Ich kann mich erinnern, dass die Bunker welche hatten. Weiß aber nicht, wo du heutzutage eins finden kannst. Naja, danke. Wie kann ich dir helfen, Grün? Ja, ich bin eigentlich nur auf der Durchhalte. Hey, wollen wir tauschen? Harold? Ich nehme dir Bob ab. Was hältst du davon? Na gut, dann nicht. Dann würde ich sagen, tschüss. Der Harold. Der ist schon toll. Hallo, mein Name ist Lenny. Wie kann ich dir helfen? Lenny, hast du schon mal irgendwas von einem Garden of Eden Creation Kit gehört? Ein Garden of Eden Creation Kit? Äh, ich glaube, Walt City hat eins davon. Das ist das einzige, von dem ich jemals gehört habe. Äh, na weißt du, mein Vorfahre, der Vault-Dweller, hat gesagt, dass Walt 13 eins hatte. Ich muss es finden. Na, aber was sagt, was sagt man denn dazu? Ich hab deinen Vorfahren, den Vault-Dweller, getroffen. Ich hab ihn zumindest einmal gesehen. Nee, ich hab ihn nicht getroffen. Ich hab ihn nur einmal gesehen. Also was? Du hast den Vault-Dweller gesehen? Wo? Äh, es war vor langer Zeit an einem Ort namens Nekropolis. Viele Ghouls haben dort gelebt. Eines Tages habe ich jemanden gesehen, wie er durch die Stadt läuft. Wie er durch die Stadt läuft? Ja, er läuft durch die Stadt. Weißt du, wir Ghule können nicht, äh, mehr laufen. Deswegen wusste ich sofort, dass es ein Außenseiter sein musste. Die Person rannte so nah an mir vorbei, ich hätte sie berühren können. Ich wünschte, dass ich dem Vault-Dweller oder der Vault-Dweller, die sind im Englischen sehr geschlechtsneutral hier mit Hey, das kann ich im Deutschen nicht so schön übersetzen. Aber ja, ich wünschte, ich hätte mich der Vault-Dweller-Person angeschlossen. Der Bunker-Bewohnenden Person angeschlossen. Oh, du wolltest dich meinem Vorfahren anschließen. Ja, das wäre die Chance meines Lebens gewesen und ich hab's vermasselt. Was meinst du damit? Naja, später habe ich gehört, dass der Vault-Dweller unser Wassersystem repariert hat. Vault-Dweller hat uns gerettet. Uns alle. Verstehst du? Es spielte keine Rolle, dass wir Gule sind. Einmal hat es keine Rolle gespielt. Wir waren Leute, die es wert waren, gerettet zu werden. Mein Vorfahre war der Gründer meines Stamms. seine Erinnerungen in Erinnerung gehalten von meinen Leuten, gewertschätzt, so quasi. Naja. Und später hat Vault-Dweller dann die Quelle der Mutanten-Armee zerstört. Vault-Dweller hat uns alle gerettet, Menschen und Gule gleichermaßen. Ich hätte Teil davon sein können, aber ich hatte keinen Mut. Ich werde mir nie vergeben können. Tja, also, um genau zu sein, trete ich gerade in die Fußstapfen meines Vorfahren. Möchtest du eine zweite Chance? Willst du dich mir anschließen? Ich bin glücklicher als ein Brahmin-Bulle. In einer Pasture-Full, in einer irgendwie Kuh, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie so Zuchtzeug. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Ich wäre geehrt, mich dir anzuschließen. Ich bin vielleicht alt, ich kann mich nicht mehr so gut bewegen, nicht so schnell, zumindest nicht lange, aber ich kann dich ziemlich sicher wieder zusammenflicken, wenn es notwendig ist. Ich bin froh, wenn du dich uns anschließt. Ich bin mir sicher, deine Heilungskräfte werden uns gute Dienste leisten. Cool, können wir den jetzt wirklich noch mitnehmen? Wirklich? Er hat ein Pipe Rifle. Mit welcher Munition schießt denn ein Pipe Rifle? Weil Munition hat er nicht. Ich habe nur eine Munitionsart und die wird es nicht sein, leider. Aber gut, okay. ja, meine Cam ist wirklich abgestürzt. Wenigstens bei einem lustigen Gesichtsausdruck. Warum? Warum ist die Cam abgestürzt? Die ist neu, die soll nicht abstürzen. Warte mal kurz. Nach dem Dialog werde ich die resetten. Okay. Ah, voll gut, ich kann Lenny jetzt nach der Heart Condition fragen von unserem anderen Begleiter. Lenny, ich brauche mal deine professionelle Meinung zu den Herzbeschwerden. Ja. Ah, was ist denn das Problem? Lässt dein Ah, der Akku von meiner Kamera ist leer. Deswegen ist die Kamera eingefroren. Ich dachte, ehrlich gesagt, über das Datenübertragungskabel lädt die Kamera auch. Aber scheinbar nicht. Ähm, ja, schade. Muss ich noch rumbasteln. Das kriegen wir schon hin. Naja, nee, nee, es geht nicht um mich. Ich wollte dich nur fragen, ob du was für Cassidy tun könntest. naja, im Großen und Ganzen nur so allgemeiner Menschenverstand Zeugs. Richtig essen, Finger von Cams lassen, die Sachen halt. Stress auf einem Minimum halten, also einfach so das Leben einer alten Lady leben. das Beste wäre wirklich so ein bisschen vom Gas runter zu gehen. Okay, warte mal, das Beste wäre tamped down with some cardiac regulators, maybe some vasodilators, also wahrscheinlich irgendwelche Medikamente. Cardiac what now? Naja, Herztabletten. In Wall City und der NCR könnte es sowas heutzutage wieder geben. Nicht sehr viel anders wie das Zeug, das wir vor dem Großen Krieg hatten. Starke Medikamente. Wenn man einen Kerl auf dieses Zeug setzt, dann hat er das Herz eines Mutanten. Eines mutierten Marathon Läufers. He could probably live on hot buttered camps. Also wenn man den da drauf gut einstellt, dann kann er höchst wahrscheinlich von eingebutterten camps, also von eingebutterten Drogen leben. Und er müsste sich keine Sorgen drum machen, dass sein Herz versagt. Ich würde es nicht empfehlen, aber es würde funktionieren. Die Empfehlung eines Arztes ist natürlich trotzdem immer möglich, zauber zu leben. Gebutterte Drogen, das ist gut. Okay, danke Lenny. Kann ich dich noch was anderes fragen? Oder glaubst du, das könnte Cassidy helfen? Das könnte genau das Zeug sein, das er braucht. Ja, genau, müsste er sich um eine Sache weniger Sorgen machen. Achso, nee, warte mal. Er müsste sich noch um etwas anderes Sorgen machen. Und um was? Okay, es kommt nicht so oft vor, aber manchmal kommt es zu Schwindel. Und du solltest die Tabletten nicht mit Grapefruit Saft einnehmen. Aber ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr wirklich ein Problem. Außer diese klumpigen grünen Dinger sollen Grapefruit sein. Er nimmt seine Arme zusammen und starrt in die Ferne. Lenny? Oh, tut mir leid. Eine große Sache noch. Unless you're looking to meet a less than dignifying end, you do not want to go mixing those things. Okay, man sollte diese Herztabletten nicht mit New Reno Pep Tabletten kombinieren, außer man will ein frühes Ende finden. Pep Pilz? Ja. For when a man's little trooper won't stand at attention. Okay, also wenn der kleine Soldat eines Mannes nicht mehr spalier steht. der technische Name dafür war PDE5 Inhibitor. Aber da die Zeiten nun mal sind, wie sie sind und Neurino ist, was es ist, naja, wo war ich? Also wenn du die beiden Sachen gemeinsam in deinen Organismus pumpst, dann kabläm, dein Heart explodiert wie eine Blutwurst. Äh, I remember doing, ich hab mal ne, ne Postmortem Untersuchung an mehr als einem armen Gießer durchgeführt. War ja das Warning Label nicht. ähm, gelesen hat. Blutwurst? Ah ja, das war wahrscheinlich ein bisschen vor deiner Zeit. Tut mir leid. Kann ich noch irgendwas anderes für dich tun? Nö, danke Lenny, alles gut. Okay, gehört jetzt wirklich zum Team? Können wir den echt auch mitnehmen? Ich verstehe gar nicht genau warum. Warte mal, unser Charakter hat eine, einen Charisma Wert von sechs. Das heißt, wir können drei mitnehmen und wir haben den Perk plus eins. Ja, ja, genau. Deswegen sind wir schon bei vier Begleitern. Guckt euch das an. Guckt euch unseren Trupp an. Sind wir nicht awesome? Ich mache jetzt mal, ich speichere jetzt mal schnell und da der Akku von der Kamera leer ist, da muss ich wirklich eine Lösung finden. Vielleicht habe ich bis morgen eine Lösung gefunden, aber für heute mache ich die Kamera einfach mal aus. Das ist jetzt für heute meine Lösung. Eine bessere habe ich gerade nicht. Wo ist meine Kamera? Ja, machen wir die weg. Auch wurscht. Morgen bin ich wieder in voller Pracht für euch zu sehen. Kein Stress und gesunde Ernährung im Ödland eher schwer umzusetzen. Das stimmt wahrscheinlich, ja. Das stimmt wahrscheinlich. Herztabletten nicht mit Medikamenten für Erektale Dysfunktion einnehmen. Zumindest nicht in ich weiß gar nicht ob ist das in Wirklichkeit auch so. Es kann ja eh sein. Ich weiß es nicht. Aber zumindest hier in Forlott ist es definitiv so. Sollte man nicht kombinieren. Na gut, dann gehen wir zurück nach Wall City. Jetzt haben wir nämlich auch einen Grund warum wir wirklich unbedingt mit der obersten Bürgermeisterin in Wall City reden müssen. Wir wollen einen Pakt schließen. Einen Gecko Wall City Pakt. Wall Gekki. Aber ich weiß nicht, ob die Lenny reinlassen. Ei 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 Kappy Wodka Dankeschön. Kappy Wodka Just Resept vor fünf Monaten. Dankeschön für den fünften Monat. Sehr nett von dir. Ach, die Tür war schon offen. Das sieht aber auch komisch aus. Okay, kann ich mal mit dir reden, glaube ich. Ich glaube, du warst die wichtige Person hier. Aha, ich reise mit Ghouls, deswegen hat er mir nichts zu sagen. Schon ein ganz schönes Arschloch, oder? Lenny, komm her. Lenny, du bist absolut großartig. Lass dir bloß nichts von den Arschlöchern hier erzählen. Lass dir bloß nichts von den Trotteln hier erzählen. Du bist absolut awesome. Aber könntest du hier kurz warten? Wait hier, bis ich zurückkomme. So, du schon wieder. Was willst du denn hier? Ich möchte mit eurem Anführer reden. Unsere erste Bürgerin, Joanne Lennet, sie hat viel Gutes für diese Stadt getan in ihren zehn Jahren. Was hat sie denn zum Beispiel getan? Sie hat die Stadt unbefleckt von der Außenwelt gelassen. Selbst die NCR drängt uns dazu in ihre Republik einzusteigen mit Raider Attacken. Aber sie hat die Stadt stark gehalten. Jetzt haben wir nur Probleme mit Gecko. Was ist denn das Problem mit Gecko? Da weiß ich zufällig was drüber. Oh, Gecko, das ist nicht meine, ich kann dazu nichts sagen. Da musst du schon mit der ersten Bürgerin drüber reden. Das möchte ich ja. Das will ich ja, du Trottel. Du lässt mich ja nicht rein. Und was ist mit der NCR? Naja, die NCR ist die Neukalifornische Republik. Also die RNK im Deutschen, aber ihr wisst schon, die Republik Neukalifornien, sie behaupten, sie wollen ganz Kalifornien wieder vereinen unter einer neuen Regierung. Aber wir schauen direkt durch ihren lächerlichen Schwindel. Schwindel? Bist du dir das sicher? Naja, selbst wenn sie aufrichtig wären. Warum sollten wir unsere Ressourcen mit diesen Halsabschneidern und Dieben die außerhalb unserer Mauern Leben teilen? Ich denke nicht. Aha, okay, okay. Was ist das mit den Raidern, über das du da gerade geredet hast? Naja, vor kurzem haben wir plötzlich immer wieder brutale Raider-Angriffe auf Wall City abzuwehren. Wir wurden schon in der Vergangenheit ab und zu mal angegriffen, aber nichts im Vergleich zu dem, was vor kurzem passiert ist. Ich befürchte fast, dass diese Raider früher oder später unsere Laserturm Verteidigungslinie durchbrechen werden. Kannst du mir noch irgendwas über diese Raider sagen? Na, ehrlich gesagt nicht viel. Wir finden nicht raus, von wo sie angreifen. Unser Bürger Sergeant Stark weiß vielleicht mehr, aber hier, aber er ist im Correction Center in der Stadt, also im Gefängnis halt basically. Wenn ich rausfinde, wo diese Raider herkommen, lasst ihr mich dann in die Stadt? Aber sowas von. Wenn du die Raider, wenn du das Basislager der Raider findest, dann kriegst du einen Tagespass. Naja, gut, dann schau ich mal, was ich tun kann, aber erst mal noch eine andere Frage. Was denn noch? Nix. Aha, Raider ausfindig machen, Tagespass. Wer redet da mit mir? Du. Na gut. Wir haben so viele Quests. So viel zu tun. Wir brauchen ein Reparatur Kit. Ja gut, wir müssen für ganz viele Sachen jetzt einfach nach Wall City. Dafür müssen wir die Raider ausfindig machen. Raider, 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 Raider. Ähm. Ja. Aber heißen Raider jetzt nicht Twix? Oder was war's? Ich weiß nicht mehr. Okay. Äh. Wissen wir noch irgendwas? Wir wissen von New Reno. Aber von Neu Kalifornien den Ort hat er uns jetzt nicht verraten, oder? Wir wissen nur, wo New Reno ist. Na gut, ich sag mal so, unsere Haupt... Ach so, ja, eine Sache, wir könnten nochmal nach The Den gehen und die Mumie besuchen, ne? Das wäre noch eine gute Idee. Das machen wir jetzt noch. Raider, der Pausensnack, genau. Aha! Geckos! Ich speichere jetzt. Ich lege mich mit dem goldenen Geckos an. So ein riesen Rudel goldene Geckos, bis vor kurzem hätte ich gesagt, absolut unmöglich. Absolut unmöglich. Aber jetzt mit dem Team, ich weiß nicht, ob Lenny kämpfen kann, ich glaube, der hat keine Munition, aber gucken wir mal. Team, go! Ich bleibe mal hier stehen, die sollen herkommen. Oder auch Lenny kann 11 Schaden. Ich setze nochmal eine Runde aus. Oh, ich habe ein bisschen Angst. 24 Schaden, 5 Schaden, Cassidy wird angegriffen. Cassidy ist tough. Ich habe ehrlich gesagt mehr Angst vor unseren Begleitern, vor allem ihm hier als vor den goldenen Geckos. Aber schauen wir mal. Bis jetzt läuft alles gut. Die haben es irgendwie auf Cassidy abgesehen, aber der hält ganz gut durch. Mit seiner abgesägten Schrubbflinte. Ey, noch ein bisschen und dann kriegt ihr sowas von Raketen in die Augen. Aber bis dahin machen meine Begleiter das schon. Okay, cool. Doch, 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 das funktioniert schon ganz gut. Dieser Umbra Tribe ist aber Cut Content. Ja, ja, genau, das ist dieser Restoration Mod, da waren wir auch schon. Das ist der Stamm von Zulik, da gibt es ein paar sehr coole Quests. Das war richtig, richtig nice. Also richtig guter Qualitäts Content. Hat mir voll gut gefallen. Das war wirklich toll. Zulik wechselt mal wieder random seine Waffen. Einfach so, wie immer. Ich lass die einfach machen. Muss ich mir Sorgen machen um Cassidy. Es sind drei um ihn rum gerade. Okay, Zulik schneidet einem den Weg ab. Er schießt einfach ein. Sieht gut aus. Wie geht's dir Cassidy? Gut, 61 von 80 HP. Sehr gut. Alles cool. Alles cool. Dann bleibe ich hier einfach stehen. Wenn Gekko zu mir kommt, dann mache ich was. Ansonsten stehe ich nur im Weg. Sind wir ehrlich. Cassidy ballert einfach jede Runde ballert deren goldenen Gekko weg. Das ist gut. Ich tue so, als ob ich mit kämpfen würde. Die Geister machen und stark. Oh, es hat funktioniert. Ja, die Geister haben ihn gerade definitiv stark gemacht. Der hat den Gekko einfach mal durch den halben Wald geschleudert. Einst mit ein machen. das ist es wert. Hatten wir schon ein paar coole zusätzliche Quests und Locations bis jetzt. Und ich bin sehr gespannt, was wir noch haben. Was noch kommt. Hallo, Wackfleisch. Okay, das war cool. Also wir sind jetzt echt mächtig. Also mein Team. Ich nicht. Ich habe jetzt vor kurzem Hellblade 2 gespielt. Und da ist mir wieder eingefallen, dass es ja in Hellblade 1 eine Mechanik gab, dass unsere Hauptfigur Senua von der Dunkelheit, von der Fäulnis oder sowas befallen ist. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und am Anfang kommt so ein Tutorial-Text, der einem sagt, jedes Mal, wenn man stirbt, breitet sich diese Dunkelheit mehr aus. Und wenn sie den Kopf erreicht oder sowas, dann stirbt man endgültig und ist Game Over. Und ich finde es so geil, dass das einfach nicht stimmt. Das finde ich wirklich cool, dass die da einfach so eine Fake-Mechanik eingebaut haben. Man sieht, wie diese Fäulnis größer wird, wenn man in einem Kampf stirbt. Und man liest am Anfang, dass man Game Over geht, wenn man zu oft verliert und so weiter und so fort. Und man hat die ganze Zeit so im Kopf, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin jetzt schon so oft gestorben. Ich frage mich, wie oft ich noch sterben darf. Die Fäulnis ist ja schon voll ausgebreitet, aber es passiert in Wirklichkeit nichts. Und das erzeugt so ein falsches Gefühl irgendwie von Druck irgendwie. Und im Endeffekt macht Fallout 2 das ganz ähnlich. Das finde ich ganz cool. Im Endeffekt meldet sich da die ganze Zeit dieser Seher, dieser Medizinmann, und sagt so, Gott, wir sterben jeden Moment. Bitte, du musst uns retten. Und es passiert aber nichts. Du kannst so lange brauchen, wie du willst. Ja, wurde rausgepatcht, das stimmt. Aber es ist im Endeffekt letztendlich dann das Gleiche. Muuuuh, alle gleichzeitig. Ich überlasse das meinen Leuten. Die machen das schon. Ich glaube ehrlich gesagt, die Brahmin würden ganz gut allein mit den paar Käfern fertig werden. Die hauen viel besser rein. Guck, einer ist schon tot. Ich glaube, die Mantis haben sich wirklich die falsche Beute ausgesucht. Kämpfen meine Begleiter eigentlich mit? Irgendwie nicht, ne? Irgendwie gucken die nur zu. Tja, Mantis. Mantis es. Legt euch halt lieber nicht mit Brahmin an. Muuuuh, sage ich. Oh nein, ein Brahmin ist gestorben. Ich hätte es verhindern können. Ne, aber nicht wirklich. Ich komme nicht hin. Jetzt könnte ich hin. Jetzt könnte ich hingehen. Aber ich glaube, jetzt haben die es selber geschafft. Gut gemacht, Team. Weiter geht's. Oh, da war auch ein... Da war gerade... Da war ein toter Red Scorpion. Oder? Ne, wahrscheinlich war es ein totes Brahmin. Zagrat, sehr aus wie ein toter Red Scorpion. Apropos. Irgendwie haben wir keine Gewaltdarstellung, ne? Einige Räuber... Ja, ich will einige Räuber treffen. Weil ich glaube, die schaffen wir. Ich speichere mal, vorsichtshalber. Aber da kriegen wir wenigstens, wenn wir das schaffen, ein bisschen Loot. Und das wäre cool. Bisschen Loot hätte ich gern. Haha! Ich habe auch mal wieder Schaden gemacht. Zwölf. Immerhin in meiner Runde. Ha, Sulik hat nur acht gemacht. Ich bin besser als Sulik. Gut. Dann kommt Vic und macht mal schnell 177. Damit wir wissen, wie scheiße wir eigentlich sind. Aber gut. Mein Gott, der hat den, glaube ich, gerade einfach aus nächster Nähe vollautomatisch weggeballert. Was hat denn der da für eine Waffe? Ein Assault Rifle. Ja, wirklich. Der hat ihm quasi das Assault Rifle in den Brustkorb gerammt und dann ein komplettes Magazin reingeballert. Vom Schaden her zumindest. Okay, cool. Vic. Mit Vic lieber nicht anlegen. Haben wir wieder was gelernt. Aber warum haben denn alle immer so, warum haben es alle immer so auf Cassidy abgesehen? Der hat noch über 40 HP, ist alles gut, aber ich bin kein Fan davon, dass sich alle immer mit Cassidy so anlegen. Haha! In den Po geschnitzt. Oder so. Wenn alle vielleicht mal auf denselben Gegner gehen könnten, das wäre gut. Oh, Vic, schieß doch nicht du auch noch auf Cassidy. Schießen eh schon genug Leute auf Cassidy. Oh nein! Nein! Vic, du bist schuld. Ich gebe dir die Schuld, Vic. Ohne Witz. Das war unnötig. Laden wir nochmal schnell, weil den Kampf gewinnen wir. Den Kampf gewinnen wir. Wicke ist so gnadenlos, ey. Finde ich gut. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, ob ich das Spiel noch uncut kriege, ohne dass ich die Savegames kaputt mache. Werde ich mal bis nächste Woche versuchen. Es wäre schon schön. Weil, wisst ihr, wenn Vic jemanden aus nächster Nähe mit seinem Assault Rifle halbiert, dann wäre das schön, wenn das auch wirklich grafisch repräsentiert wird, wie er halbiert wird. Finde ich einfach irgendwie lustig. Schauen wir mal. Wir haben ja sogar den Bloody Mess Perk. Der ist voll verschwendet, wenn wir es nicht uncut kriegen. Das wäre schon schade. Ich kann mal gucken. Vielleicht kann ich einfach ein ganz... Nein! Cassidy nicht schon wieder! Come on! Vielleicht kann ich einfach einen ganz normalen Bloodpatch nochmal drüber laufen lassen und fertig. Der dürfte ja eigentlich nicht viel verändern. Also ich mache mir da keine Sorgen, dass das Spiel deswegen kaputt geht. Aber man weiß es nicht. Muss ich wirklich vorher eine Sicherheitskopie vom ganzen Spiel machen am besten. Ist ja bei so älteren Spielen noch relativ unproblematisch. Nein, weg! Was ist mit deinem mit deinem Zorn passiert? Warum zersägt er ihn nicht? Vielleicht ist es besser so. Vielleicht führt der andere Ablauf jetzt dazu, dass Cassidy nicht erschossen wird. Jetzt haben es alle auf Lenny abgesehen. Der ist auch nicht gerade irgendwie der Tank im Team, ne? Hey! Lass jetzt Lenny in Ruhe. Lenny, wie geht's? Oh! Habe ich gerade gesagt, dass er nicht der Tank im Team ist? Lass mich mal schnell gucken. Der hat zwar jetzt noch keine gute Rüstung und nix, aber Lenny ist sowas von der Tank im Team. Der hat einfach mal 130 HP. Ich nehme alles zurück und wie der Tank ist. Der tankt uns alles weg. Wir brauchen wirklich noch ordentliche Rüstungen im Team, ne? Yes! Yes! sehr schön. Es ist schon immer irgendwie lustig, finde ich auch, wenn die so als nächster Nähe einfach umgeballert werden. Speichern wir noch mal schnell, dass jetzt nichts schiefläuft, letzter Gegner. Wir haben zum ersten Mal einen bewaffneten gegnerischen Trupp ausgeschaltet. Also noch nicht, aber so gut wie. Das hat, was war bisher für uns absolut unmöglich. Und jetzt können wir es echt schon mit so einem kleinen Banditentrupp immerhin aufnehmen. Ist das nicht schön? Oh, ich sag's euch, wenn ich eine schwere Waffe hab, dann sind wir unaufhaltsam. Selber, selber welcome, hallo. Na, kommt schon, Leute. Die schaffen wir auch noch. Jetzt hat sie ein Stimpack benutzt, das ist voll unfair. Ja, Zulik boxt sie schon durch, durch den, durch den Raum. Durch die Wüste. Jawohl, Vic macht kurzen Prozess. Sehr gut. So, guck mal, schauen wir mal, ob sich das gelohnt hat. Wir haben ein Hunting Rifle, wir haben Jet, wir haben einen Dollar, ein Money, immerhin. Wir haben eine 10mm Pistole und 6 Money. Wir haben ein Messer und 5 Money. Oh, ich dachte für einen kurzen Moment 10 Stimpack. Für den Bruchteil einer Sekunde war ich so, Jackpot, what? Aber nee, okay, ein Stimpack, 10 Geld und ich mein, cool, die ganzen Waffen kann man gut verscherbeln, ne, cool, nice, hat sich gelohnt, ich freu mich. Speichern. Das ist doch schön. Ah, wir sind so viel mächtiger jetzt, wir sind halt auch ein cooler Trupp. Ich freu mich schon drauf, der Mod hat ja extra Skins für alle Rüstungsarten für jede Person und die Power-Rüstungen sind sogar für jeden Einzelnen individualisiert. Zulik hat dann wirklich so Bemalungen und Knochen auf seiner Power-Rüstung und so weiter. Also für alle Begleiter eine eigene Power-Rüstung kriegen, lohnt sich schon allein deswegen, weil es schön aussieht. Und da habe ich schon ziemlich Bock drauf. Restoration Pack oder Restoration Mod Restoration, voller zwei Restoration findest du hundertprozentig, wenn du es googelst. Okay, jetzt gucke ich mal kurz alle an. 80 HP, 85 HP, 78 HP, allen, oh, ne, Lenny geht's nicht mehr gut. Lenny hat nur noch 40 HP. Moment mal, wer kämpft hier gegen wen? Was ist hier los? Kämpfen die auch gegeneinander oder kämpfen alle gegen mich? Weil das ist eine große Gruppe. Das ist gut, dass ich es vorher noch gespeichert habe. Weil das ist eine ordentliche Gruppe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin nicht gerade ein guter Tank. Wow. Wow. Zulik und Cassidy. Okay, das sind schon mal Robber hier. Okay. ich speichere das mal hier unten. Weil ich nicht weiß, ob das eine gute Idee ist, das hier fortzusetzen. Vermutlich sollte ich mich heilen auch einfach, aber ich, schauen wir mal. ja, ich weiß nicht, wer die da unten sind, aber die sind aktuell wirklich nicht in Kampf involviert. Wir haben es hier echt mit einem ziemlich großen Trupp zu tun und die haben es ganz schön auf mich und Zulik abgesehen. Zulik ist okay, aber ich bin halt, ich bin halt leider schlecht im Leben. Leben ist nicht mein bester Skill. Ich pfeife mir mal ein Stimpack rein und leider auch gleich noch das Heilsäckchen, das ich da habe. Dann überlebe ich zumindest mal noch mal eine Runde. Schauen wir mal. Hey, der schießt daneben. Sehr gut. Aua. Ja, shit. Das sieht nicht gut aus. Fallout 4 Mod The Attachment Pack empfehlen. Für alle Waffen neue Vanilla freundliche Erweiterungen zum Bauen hinzu. Ah, okay, ja, das klingt cool. Blöd, dass meine Begleiter jetzt auch weglaufen. Die könnten ruhig weiterkämpfen. Überhaupt kein Thema. Ja. Ja. Oh Gott, das überlebe ich nicht. Ich habe noch eine HP. Wenn mich jetzt jemand anhustet, bin ich tot. Cassidy kämpft einfach weiter. Der kennt nichts. Oh, der schießt daneben. Oh Gott. Gott sei Dank. Okay, dann gehen wir einfach. Komm, nichts wie weg hier. Den Kampf schaffen wir nicht. Weiter nach The Den. Wartet mal ganz kurz. Machen wir mal kurz Pause in der Wüste. Schlagen wir mal kurz unser Camp auf. Ich habe ein paar Sachen zu erledigen. Erstens lese ich mal dieses schlaue Büchlein hier, damit wir unseren Repair Skill ein bisschen hochjagen, auch wenn wir dafür eigentlich ewig haben. Und zweitens werden wir mal kurz ein bisschen uns ausruhen, bis die Party geheilt ist. Was hältst du davon? So, ich bin geheilt, aber ich glaube Lenny wahrscheinlich noch nicht. Der war ganz schön im Arsch, ist eh gut. Lenny, der tankende Arzt. Hey, wenn der mal eine ordentliche Rüstung hat, dem bringt nichts mehr um. Stellt euch mal vor, der steckt in einer Power-Rüstung. Der steckt einfach mit 200 HP in einer Power-Rüstung. dem Box da nichts mehr raus. Meine Güte, Lenny braucht aber lang zum Regenerieren. Kann ich das wieder abbrechen? Ich glaube, wir stehen hier jetzt schon seit einer Woche. Hilfe! Das dauert ein bisschen sehr lange. Ich glaube, nicht mal Frank Horrigan. Nicht mal Frank Horrigan kriegt Lenny dann noch tot. Nee, natürlich mit einem einzelnen kritischen Treffer oder so, ne? Ist ganz schnell Schluss. Hey, das kommt mir gerade ein bisschen komisch vor. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, ehrlich gesagt. Ah, es hat aufgehört! Oh mein Gott, ich dachte schon, wir stehen hier jetzt für immer. Ich dachte schon, wir stehen jetzt hier für immer. Hallo, Simplex! Ich nehme die alle zu, Frank Horrigan, mit. Einige Highwaymen. Highwaymen sind böse? Okay, dann bringen wir alle um. Also, schauen wir mal. Wir sind frisch geheilt. Oh, der hat, der hat ein Gewehr. Der muss sterben. Und zwar schnell. Da bin ich halt leider nicht die richtige Person dafür. Shit. Jawohl! Vic hat ihn einfach mal wieder umgepustet. Vic mit seinem Assault Rifle ist einfach so der krasseste. Wir wissen ja, alle sind cool. Das ganze Team, das wir hier haben, ist cool. Aber Vic mit seinem automatischen Burst-Modus einfach immer aus nächster Nähe, das ist großartig. Nur in der Frage der Zeit, bis er mal sein eigenes Team komplett wegpustet. Aber guckt euch den an! Guckt euch Vic an! Guckt euch einfach Vic an! Vic Medi Knight! Schickt seine Gegner in den Schlaf! Ich liebe Vic! Der steht da einfach seit der Kampf losgeht wie angewurzelt da und ballert einfach einmal um sich. Alle fallen um. Alles fällt tot um um ihn rum. Ey, aber warte mal. Du bist... Cassidy lebt noch, oder? Cassidy lebt noch. Der hat nur 5 HP verloren. Der liegt da so regungslos. Wow, die hat gerade echt einen Vic Burst überlebt. Stehst du wieder auf? Cassidy? Ruhe dich aus. Ist okay. Chill ein bisschen hier. Ist Cassidy zufällig Rose aus New Vegas? Also tatsächlich sind die verwandt. Wenn ich mich recht erinnere. Okay, nehmen wir den Loop mit. Gibt es da eine Höhle? Ist hier eine Höhle? Ne, ist keine Höhle. Ah doch, ist eine Höhle. 1000 goldene Geckos. Ist es das wert? Wir können die nicht mal häuten. Vater oder Onkel sein könnte. Hm. Goldene Geckos. Wie sieht es denn aus, Team? Gesundheitlich so bei euch. Eigentlich ganz gut, oder? Haben wir ein paar goldene Geckos zumindest. Ich halte mich eh raus. Das machen die anderen schon. Die sind schon tough. Die halten schon was aus, die goldenen Geckos. Aber so viel halt auch wieder nicht. Na gut. Die ersten beiden sind schon tot. Das geht schon, das geht jetzt schon sehr viel schneller, ne? Ich weiß nicht, wie Vic es geschafft hat, jetzt an mir und Cassidy vorbeizuschießen und den Gecko zu treffen. Aber er hat es geschafft, also voll gut. Voll gut. Oh oh, ich werde angegriffen. Oh Gott, ich werde böse angegriffen. Au. Okay, ich verlasse mich jetzt darauf, dass ihr mir den Gecko wegschießt, ne? Bitte. Der kann mich nämlich... Oh Gott. Vic. Oh Gott. Bitte bring mich nicht um. Wir wussten, dass es früher oder später passieren wird. Aber ich hätte gehofft, später. Oh Gott, ich lebe noch mit zwei HP. Hilfe. Rette mich irgendjemand. Ich gehe denn in den Nahkampf? Oh Gott, niemand rettet mich. Oh, der Gecko läuft aus irgendeinem Grund jetzt zu Cassidy, jetzt wo er mich töten könnte. Puh, Glück gehabt. Ich habe das Gefühl, Vic braucht dringend Munition für sein Assault Rifle. Oh, Level Up. Na guck mal, hat sich gelohnt. Aber Munition, Munition, Munition. Munition ist jetzt hier... Haben wir nicht. Okay. Ich habe eigentlich immerhin 60% bei Melee Weapons. Das ist jetzt eh nicht super viel. Aber ich dachte ehrlich gesagt, wir sind schlechter. Ich hebe mir die Punkte auf. Aktuell bringt mir das alles eh noch nichts. Na komm, gehen wir. Wir sind fertig hier. So, jetzt warten wir hier nochmal, bis wieder alle geheilt sind, vor allem ich. Ich bin wirklich so gut wie tot. Ich werde wirklich nur noch von meinem Titan Wall Suit zusammengehalten. Ne, wir haben ja schon eine Lederrüstung an. Wenn die nicht so eng wäre, dann wäre mir wahrscheinlich schon irgendwelche Körperteile abgefallen jetzt gerade. Aber gut. Ja, du hast es schon... Du hast es schon erraten, Lecky. Wir machen jetzt wirklich Schluss. Genau das wollte ich jetzt machen. Ich wollte uns noch schnell heilen und dann aufhören. Aber wisst ihr was? Okay, okay, okay. Gehen wir noch nach The Den und reden noch mit der Mumie. Das machen wir heute noch. Let's go. So kurz vorm Ziel, sonst vergesse ich es beim nächsten Mal. Dann starten wir nächste Woche und ich sag, hä, warum stehe ich denn mitten in der Wüste? Und dann gehe ich irgendwo nach New Reno oder sowas und hab komplett vergessen, was los ist. Weiß nicht mehr genau. Ah, da unten. Genau, das ist das Geisterhaus. Da müssen wir hin. Hallo. Wegfindung. Funktionier bitte. Willkommen zurück zum großen Ananis-Mysterium der Niederwelt. Erzähl mir was von der Mumie. 25 Dollar. Warte mal, ich weiß doch schon, ich weiß doch schon, dass der, jetzt muss ich mal gucken, muss ich wirklich nochmal 25 Dollar zahlen dafür? Ja, wahrscheinlich. Arschloch. Na gut. Ja, okay. Dann zahle ich die 25 Dollar nochmal. Okay, und jetzt präsentiert er mir die Mami. Die Mumie. Hey, warte mal eine Minute. Diese Mumie. Das ist ein Ghoul. Woody. Hey Woody, bist du das? Die Mumie schnarcht und streckt sich und ich sehe ein müdes Blindeln in seinen Augen. Hallo, sagt er schläfrig. Heilige Scheiße, das ist Woody. Lauf, Woody. Lauf weg. Oder, oder Humpel weg. Geh, Woody, geh. Woody. Denn es ist, denn es ist wirklich Woody und keine Mumie, die seltsam verträumt vor dir steht. nimmt packt die Seite des Pappmaché-Sarkopharbs, lässt einen lauten Schrei los und rennt zur Tür. Hinterlässt dabei eine Spur aus Toilettenpapier. Mumienverpackung. Ha, ich wusste es doch. Du bist in dieser Stadt erledigt. Du bist nicht der große Ananis. Nicht mehr. Du bist nur irgend so ein Arsch. Der große Ananis zuckt mit den Schultern. Ich hätte doch lieber dieses einköpfige Brahmin nehmen sollen. Na ja. Zurück ans Reißbrett. Ein einköpfiges Brahmin? Niemand würde dir jemals glauben, dass so etwas existiert. Mach's gut, du Scharlatan. Also das sind, das sind Geschichten hier. Einköpfige Brahmin. Wo kommen wir denn dahin? 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 Lächerlich. Okay, Lemmy ist anscheinend zurückgelaufen. Das heißt, wir können beim nächsten Mal nach Gecko zurück und zumindest die Quest schon mal kassieren. Aber wenn wir nicht rausfinden, wo die Raider sind, die die terrorisieren. Naja. Speichern wir mal auf dem ersten Slot, damit ich ihn beim nächsten Mal wieder finde. Und jetzt machen wir Schluss für heute. Morgen dann wieder mit Kamera hoffentlich und mit einem Videospiel namens Hollowbody. Ganz genau. Mit einem Videospiel namens Hollowbody. Ich bin sehr gespannt drauf. Das könnte ziemlich spannend werden. Wir haben tausend Erfahrungspunkte für Woody bekommen. Cool. Und 25 Karma. Ich bin wirklich sehr gespannt auf Hollowbody. Vielleicht schaffen wir das in einer Sitzung und dann geht's nächste Woche gleich weiter mit dem nächsten. Das wäre nice. Gucken wir mal. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall fürs Dabeisein schon mal für heute, für die Bits, für die Subs, für alles. Und morgen sehen wir uns dann hoffentlich wieder. 19 Uhr geht's dann wieder ganz regulär los, wenn alles klappt. Und gute Nacht. Tschüss. Tschüss.